Hey, ich dachte mir, wir machen mal wieder ein kleines Infovideo und zwar, weil es ein paar Informationen gibt, die ich doch sehr gerne mit euch teilen würde. Nämlich ist euch vielleicht aufgefallen, dass in letzter Zeit ziemlich wenige auf dem Kanal kommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, so fangen immer die besten Videos an. Das sind allgemein die qualitativ hochwertigste, die, wo man sagt, es kam in letzter Zeit wenig, aber in nächster Zeit kommt mehr. Ich weiß, fantastisch. Ich bin auch absolut begeistert. Nein, in letzter Zeit kamen relativ wenig und ich möchte anmerken, dass ich Gründe dafür habe. Nämlich gehen wir jetzt kurz im Schnelldurchlauf durch. Vorletzte Woche. Vorletzte Woche war der Grund, dass aus irgendeinem Grund die YouTube-Uploads ewig gedauert haben und jedes Video musste 4-5 Stunden hochladen. Das hat mir jeglichen Zeitplan zerstört. Letzte Woche. Letzte Woche war Speedruns In-Launch. Da hat mich ein bisschen, da muss ich mich darum ein bisschen kümmern und Emoji-Videos und so ein Shit. Diese Woche. Diese Woche ist relativ lustig, da habe ich nämlich auch Emoji-Videos gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und lustigerweise hat sich gestern etwas sehr Schönes ergeben. Nämlich musste ich meinen PC neu aufsetzen, also formatieren oder als neu machen, weil der hat schon in letzter Zeit nicht mehr richtig funktioniert. Was mich auch in den letzten paar Wochen im Zeitplan ein bisschen zurückgeworfen hat, weil zum Beispiel ein Textdokument aus dem Nichts einfach nicht mehr funktioniert hat, wodurch dann der gesamte Text von Emoji-Video verloren gegangen ist. Das war ziemlich ärgerlich. Und ansonsten ist gestern eine sehr, sehr schöne Sache passiert. Nämlich, und das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Ich kann euch ein bisschen Videomaterial, das kaputt gegangen ist, zeigen. Und zwar dachte ich mir, wir bringen jetzt fucking Pokémon Violett fertig. Wir bringen das jetzt zu Ende. Wir machen das weiter. So, dann habe ich ewig gelevelt. Meine Scheißfiecher waren auf Level 30. Ich habe beim Angeln gegen diese komischen Level 10-Quallmonster, habe ich mich auf Level 30 hochgelevelt, okay? Mit mehreren Pokémon. Das hat lang gedauert. Ich hatte insgesamt 24 Stunden Spielzeit schon in dem Spiel, möchte ich anmerken. So, das habe ich gemacht. Dann habe ich zwei Parts aufgenommen. Hatte sogar den fucking Dumba besiegt. Und dann hat sich eine lustige Sache ergeben. Nämlich, dass ich mit dem PC aus irgendeinem Grund nicht mehr aufnehmen konnte. Und bei den Videos irgendwie nur die Hälfte von dem Video tatsächlich dann in Premiere aufgetaucht ist. Also in meinem Schnittprogramm. Und es unglaublich asynchron war. Und alles war ziemlich, ziemlich schrecklich. So, das ist natürlich ein Problem. Das heißt, diese Parts sind absolut komplett unbrauchbar. Ja, dann habe ich weiter noch ein paar Tests gemacht. Ich dachte mir, hm, vielleicht lag es ja an den Einstellungen vor dem Emulator, dass der da irgendwie nicht richtig aufnehmen wollte oder so. Und nein, lag es nicht. Das war generell so ein Problem mit dem PC. Dann habe ich mein Aufnahmeprogramm neu installiert. Und nein, es hat immer noch nicht funktioniert. Dachte ich mir, okay, das ist scheiße. Vor allem macht mein PC in letzter Zeit sowieso schon aus irgendeinem Grund die ganze Zeit Probleme. Dann dachte ich mir, ich setze ihn neu auf. Habe ich dann auch gemacht. Das heißt, soweit es geht, habe ich alle Daten gerettet. Und soweit es geht, heißt es natürlich, dass man natürlich, wie immer, irgendwelche Daten vergisst, die eigentlich wichtig wären. Was natürlich passiert ist. Aber dazu kommen wir gleich. Es ist dann natürlich das gemacht. Und das hat mich übrigens erst den ganzen Tag beschäftigt. Denn, lustige Geschichte. PC neu aufsetzt. Hat soweit alles gut funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass der Main... Man hat ja immer so ein Treiber-CD dabei. Und das war die Mainboard-Treiber-CD. Da sind dann die Treiber für Soundkarte und dass der PC auch ins Internet kann. Und sowas sind da dabei. Also diese Treiber. Man könnte sagen, relativ wichtig. Und die CD hat nicht funktioniert. Sie hat nicht funktioniert. Der PC hat nur immer so ein... Geräusch beim Lesen der CD gemacht. Bis er nach 10 Minuten gesagt hat, ja, nebenher kenne ich nicht. So. Das ist eine Scheiß-Situation. Denn, meine alten Daten waren ja alle weg. Der PC konnte nicht ins Internet, weil da noch ein paar Treiber fehlen. Ansonsten, Grafikkarte und Betriebssystem haben alles funktioniert. So. Dann habe ich versucht... Dachte ich mir, ja, scheiße. Das ist keine gute Situation, weil irgendwo muss ich den herbekommen. Und dann habe ich versucht, meinen alten PC irgendwie rauszukramen und am Fernseher anzuschließen. Und das war auch ein riesiges Chaos. Und dann hat sich herausgestellt, mhm... Da bekomme ich gar kein Bild drauf. Das war auch ziemlich schön. Das heißt, der ist wahrscheinlich auch irgendwie kaputt. Beziehungsweise müsste man sich darum kümmern, den zu reparieren. Worin ich keinen Sinn sehe, weil... Nee. Und vor allem gestern nicht, weil ich nicht die Möglichkeit dazu hatte. Das heißt, mhm... Ich kann mir den Treiber mit dem PC dann nicht runterladen. Glücklicherweise. Ich kann mir dann die Idee, dass er... Dass ich den Treiber bei sich runterladen und dann über Dropbox mir per WhatsApp schicken kann. Worauf er dann auf die Idee kam, dass ich mir den Treiber auch einfach mit dem Handy runterladen kann. Und das habe ich dann gemacht. Eigentlich habe ich ihn mit dem Handy runtergeladen und konnte ihn einfach auf den PC packen, ohne Probleme und von da aus dann installieren. Was übrigens mein Tipp ist, wenn ihr so eine Treiber-CD verlegt. Vor allem, man kann sich die Treiber ja alle im Internet runterladen. Das ist ja kein Problem. Nur Problem ist, ihr solltet natürlich den Ladentreiber haben, damit der PC überhaupt ins Internet kann. Den könnt ihr euch aber mit dem Handy runterladen. Ihr müsst nur schauen, was für ein Mainboard ihr habt und sowas. Dann könnt ihr euch den runterladen und zieht den auf den PC. Das geht ja ganz schnell. Und dann ist alles bezaubernd. So, das war das. Das hat mich dann gestern ziemlich hart angepisst, weil es den ganzen Tag gedauert hat. Habe ich gestern Abend dann auch nichts mehr gemacht, außer die grundlegenden Programme zu installieren. Und ja, ich kann wieder aufnehmen mit dem PC. Wobei aktuell mein Sound noch ein bisschen seltsam für mich klingt. Keine Ahnung. Was ich vielleicht bei Soundkategorien umstellen. Das ist ziemlich ungewohnt. Und der klingt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Blecherden. Ich habe keine Ahnung. Bisschen zu dumpf. Bisschen zu flach. Ich habe keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall noch nicht so ganz richtig. Was auch nur der Sound für mich sein sollte. Insofern alles andere sollte passen. So, dann kommen wir zur lustigen Geschichte. Was? Äh, Pi? Du Dummerz. Was hast du denn alles verloren? Ausgezeichnete Frage. Was habe ich alles verloren? TTT. Das haben wir vorgestern aufgenommen. Das habe ich natürlich mitgenommen. Da habe ich dran gedacht. Problem ist aber, Pepper Mario habe ich bis Part 10 aufgenommen. Und, ähm, eventuell, unter Umständen, habe ich die Audiospuren nicht mitgenommen. Das bedeutet, da würden jetzt vier Parts kommen, wo ich entweder nachkommentieren könnte oder, nein, ohne Kommentarhoch, leider ist bescheuert, nachkommentieren, aber vier Parts sind mir dafür zu viel. Sei es, Pepper Mario werde ich dann heute oder morgen soweit, ähm, nochmal spielen, wie ich davor war. So, und dann werden wir das ganz regulär weitermachen. Ich hoffe, dass es am Sonntag weitergeht. Okay, ansonsten hier auf MOP soll, denke ich, auch alles ganz regulär wieder weitergehen, denke ich, jetzt wo ich wieder normale Geschwindigkeit hochladen kann, mein PC wieder funktioniert und ich glaube, bei M&G dann zeittechnisch auch wieder ein bisschen mehr Raum habe und, ja, sollte, denke ich, alles klappen. Okay, und das war so, was in letzter Zeit so los war. Okay, cool. Dachte ich mir, sollte ich sagen. Ah ja, nee, Moment, Moment, Moment. Eine Sache muss ich noch anmerken. Moment, das ist, äh, zwei Sachen muss ich noch anmerken. Mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen. So, Pokémon Violet nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich habe die zwei Scheißparts verloren und den ganzen Spielstand, den habe ich übrigens auch nicht mitgenommen, weil ich keine Ahnung hatte, welche Datei und habe ich auch nicht. Das heißt, der ist auch so weit weg. Und ich denke, wer lasst das mit Pokémon Violet einfach, es soll einfach nicht sein, da ist so viel jetzt schiefgegangen. Und irgendwann muss ich einsehen, es soll wohl einfach nicht sein, aber ich habe dieses fucking Bisa Knoss besiegt. Das solltet ihr nur wissen. Ich habe es besiegt. Mit Flauschi auf Level 28. Und ja, ich glaube demnächst, ich wollte Violet übrigens zu Ende bringen, wenn ich wieder ein neues Projekt anfangen will, denn demnächst werde ich eventuell, ich denke, ich werde wieder eine Randomizer-Nas-Doc machen. Und nein, noch von keinem 3DS-Spiel. Wobei, wobei, ich demnächst dann auch in der Lage sein sollte, von 3DS-Spielen aus Randomizer-Nas-Docs zu machen. Also Omega Rubin oder X und Y, was ziemlich fantastisch wird. Aber das irgendwann, erstmal werden wir wieder einen DS-Teil für die Randomizer-Nas-Doc nehmen und das wird ziemlich, aber ziemlich lustig. Werde ich mich demnächst mal heransetzen, das anzufangen. Okay, und das war wirklich alles. Also dementsprechend würde ich sagen, bis irgendwann. Gute Nacht.